Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Beefen Guinness Casserole. Beefen Guinness Casserole, Deutsch, Rinderagout mit Guinness, ist ein Rezept der irischen Küche. Der herbe, malzige Geschmack des dunklen Staud-Starkbier passt hervorragend zu dem geschmorten Rindfleisch. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Ein Kilogramm Rindfleisch, Hüfte oder Oberschale. Zwei Zwiebeln, Zwei Möhren, Zwei Stangen Sellerie, Zwei Stangen Lauch, Zwei Knoblauchzehen, 200 Milliliter Guinness oder ein anderes Porter oder Staut, 300 Milliliter Rinderbrühe oder ein Fertigprodukt aus dem Handel, 100 Gramm Speck, 250 Gramm frische Champignons, 5 bis 7 Schalotten, 50 Gramm Butter, 30 Gramm Weizenmehl, Frisch gemahlener Pfeffer, Meersalz oder grobes Salz aus der Mühle, 25 Gramm Schmalz oder Butterschmalz oder Olivenöl. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, Schmortopf, Pfanne, großes Sieb. Zubereitung Das Rindfleisch säubern und in mundgerechte Würfel schneiden. Die Zwiebeln, die Möhren, die Selleriestangen und die Lauchstangen putzen und in grobe Stücke schneiden. Die Knoblauchzehen fein hacken. Das Rindfleisch in einer Pfanne in Olivenöl, Butterschmalz oder Schmalz portionsweise scharf anbraten, in den Schmortopf geben und würzen. Dann die Zwiebeln, Möhren, den Sellerie und den Lauch in der Pfanne 5 Minuten dünsten und ebenfalls in den Schmortopf geben. Den fein gehackten Knoblauch in den Schmortopf geben, die Rinderbrühe und das Guinness dazugeben und zum Kochen bringen. Auf kleiner Hitze 80 bis 90 Minuten köcheln lassen. Zubereitung Währenddessen die Schalotten schälen, den Speck würfeln und die Pilze putzen. Nach Ablauf der Garzeit das Fleisch aus dem Schmortopf nehmen und beiseite stellen. Die Kochflüssigkeit mit dem Gemüse durch ein Sieb in eine Schüssel abgießen und zurückbehalten. Den Schmortopf auswischen und die geschälten Schalotten, die Pilze und den Speck in der Butter 5 bis 10 Minuten dünsten. Die Pilze, Schalotten und den Speck mit Mehl besprenkeln und noch einmal 2 bis 3 Minuten dünsten. Unter ständigem Rühren die zurückbehaltene Kochflüssigkeit langsam wieder zugeben. Das Fleisch wieder in die Soße geben, erhitzen, abschmecken und servieren. Anmerkungen Das Gemüse aus der Kochflüssigkeit wird nach den meisten Originalrezepten weggeworfen. Es sieht nach der langen Garzeit nicht mehr sehr appetitlich aus, kann aber als Beilage, eventuell auch püriert als Vorsuppe, serviert werden. Als Beilagen eignen sich Kartoffelbrei Diese Varianten gibt es Zusätzlich zu den Champignons getrocknete oder frische Steinpilze verwenden. Das Gemüse nicht zu Anfang, sondern erst 30 bis 20 Minuten vor Ende der Garzeit des Fleisches dazugeben. Somit zerkocht das Gemüse nicht, sondern wird als Teil des Ragu's mit serviert. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Das Gemüse nicht zu Ende der Garzeit des Fleisches dazugeben.